Ich vlogge heute wieder ein bisschen für euch. Wir haben es jetzt Sonntag. Irgendwas um 10, keine Ahnung. Wir haben heute irgendwie übelst lang geschlafen. Deswegen werde ich jetzt erstmal schnell duschen gehen. Und dann schauen wir mal. Ein kleines Tipp vorweg. Das hier habe ich mir gekauft vorgestern. Und das riecht richtig, richtig geil nach, ich weiß nicht, ob ihr die Kekse kennt, Vanillekipferl. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Mit Schneeglöckchen und mildem Vanillemilchduft. So, fertig mit Duschen. Ich kann euch jetzt mal zeigen, was ich so benutze zur Zeit. Und zwar ist das hier von Garnier, wahre Schätze, Hafermilch. Die ist echt gut. Gut. Das Shampoo riecht auch eigentlich ganz angenehm. Dazu dann die beruhigende Spülung. Und, oh, ich glänze mich total. Und hier diese Haarkur. Ja, die ist auch ganz gut. Ja, ansonsten habe ich das jetzt ausprobiert von Isana. Das riecht echt lecker. Auch unter der Dusche ist echt gut. Das riecht echt wie so ein Vanillekipferl. Dazu dann noch meine Induschgesichtspflege. Und die müsst ihr unbedingt ausprobieren. Die habe ich jetzt mal gekauft. Levea, Induschpatine, Kakao und Milch. Riecht echt super. Ja, für die Haare benutze ich dann noch dieses Öl. Crystal Shine. Ja, davon einfach ein bisschen was auf die Haare. Und ja, fertig. So, ja, dann mache ich mich mal weiter fertig. Und dann schauen wir mal. Kleiner Tipp am Rande. Das hier ist richtig geil. Das habe ich mir gekauft. Das ist so eine Art Body Butter von der Konsistenz. Aber eher wie eine Body Milch. Ja, riecht richtig, richtig süß nach Erdbeere. Und ja, riecht halt richtig gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich mir das gekauft habe. Kommt auf jeden Fall aus England. Und ja, würde ich echt empfehlen, weil das echt richtig, richtig lecker riecht. Dann wollen wir die Kassenpattern. Okay, hier. Und zwar ist das hier von Felix Sensation mit lang. Ja. Hä? Jetzt Katzenfutter. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was machen wir jetzt? Jetzt spielen wir! Etwas! Lupa, Lupa, Lupa! Was machst du da? Du hast ein schmutziges Gesicht. Ob das jetzt so pathisch rüberkommt? Schmutzig ist Popo oder? Nee! Netzbeißen! Pass auf, du fällst runter! Ja! Ja! Au! Ich krieg' ne Aufnahme! Was passt denn da? Netzbeißen! So, Kinder machen Mittagsschlaß. Wir haben uns jetzt was Kleines zu essen gemacht. Und, ähm, ja, kurz vor fünf. Und die Kleine kriegt jetzt hier noch, ähm, ein bisschen Joghurt. Und... Und... collaborations! Unentscheidig! Tja! Was ist denn? Ja, ich weiß. So, ich habe jetzt hier mal ein paar Kerzen angezündet bzw. bin dabei ein paar anzuzünden. Ich bin nämlich voll der Kerzenfreak. Ich habe den ganzen Haus Kerzen und das hier habe ich in Kick gekauft. Ja, Hello Spring steht da drauf und war auch nicht teuer, ich glaube 2 Euro und das hier habe ich auch in Kick gekauft. Ja, ein bisschen Frühling. Ich muss ja ein bisschen frühlingsmäßig dekorieren. Oh, das klitscht aber. Eieieiei. Ja, das machen wir jetzt mal. Da, die So, dann werde ich jetzt mal diese Teile hier auffüllen, weil die sind leer. Das ist von Febres bzw. von Glade oder so und da gibt es hier so verschiedene Dosen, also es gibt die auch von Febres und so weiter, ja, aber man kann auch die billigen, dafür nehmen die kommen dann da rein und dann, ja, kann man einstellen, wann die sprühen sollen, also entweder 9, alle 9 Minuten, alle 18 Minuten, 36 Minuten und aus. Ja, das werde ich dann jetzt mal machen, weil, ja, da haben wir so im Haus verteilt ein paar, ja, dann habe ich einmal hier Apple Cinnamon und einmal Fresh and More Vanilla Orchidee. Das Katzenklo etwas säubern, weil wenn ich da nicht immer dahinter bin, dann mögen das meine Katzen gar nicht. Und deswegen gehört auch das zu meinen täglichen, wie man sehen kann, die zweite Ladung Wasche. Und nachher wieder neue Wäsche machen, das heißt, wieder in die Waschmaschine. Ja, so hört das nie auf. Ne, kleine Maus, du wirst dich baden. Ich muss jetzt erstmal hier das gemalte Werk von meinem Sohn inspizieren und soll jetzt hier irgendwie noch was malen. Was soll ich denn malen? Komma Strich. Komma Strich. Ah, dann zeigen wir den Leuten das mal wie das geht. Also gut, wo mal ich denn hier hin? Guck mal hier. Pöhnchen, 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 Komma Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Du darfst mich wackeln dabei. Na ja, mit den langen Haaren, mit den großen Ohren, mit dem langen Hals. Na ja, war in Kunst noch nie so toll. Da vorne da, Komma Strich. Noch mal Komma Strich. Ja. Pöhnchen, Pöhnchen, Komma Strich. Fertig ist das Mondgesicht. Mit den Haaren. Ein Papa. Ein Papa ist das? Ja. Okay, dann machen wir hier noch die Ohren. Und den Hals. Eine Mama. Eine Mama soll ich noch mal? So. Oh, den Kopf habe ich mir aber sehr gut hingekriegt. Mhm. Und Schuh. Und eine Mama. Eichu. 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 So. Gut? Da, da. Was denn? Da. Was soll ich hier machen? Da. Hier, hier. Da. Da. Da noch was malen? Ja. Okay, dann mache ich das mal. Machen wir das schon, mache ich dann. So. Ja, wir haben es jetzt 17.58 Uhr und ja, ich würde auch jetzt hier an der Stelle das Video beenden, weil es jetzt wahrscheinlich nicht mehr wirklich viel zu filmen gibt. Ja, ich hoffe es war trotzdem interessant für euch, wieder mal so einen Tag mit uns zu erleben. Ja, wir werden jetzt eigentlich nur noch die Kiddies baden und dann Abendessen machen. und ja, den Abend ausklingen lassen, weil morgen ist ja neuer Tag und ja. Dann geht es wieder weiter. Auch wenn hier das Video endet, geht es ja hinter der Kamera weiter. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und ja, ich glaube jetzt kommen noch mal alle zum Schluss sagen. Und wo ist die kleine Maus? Da. Und irgendwo hier unten ist meine Katze. Da. Und da. Und hier bin ich noch mal. Ja. Wie gesagt, ja, jetzt gibt es nicht mehr viel zu filmen. Und ja, ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mich verfolgen wollt, könnt ihr das gerne machen auf Facebook, Instagram und Twitter. Obwohl ich auf Facebook am aktivsten bin. Und ich sollte aufhören immer in diese Richtung zu gucken. Ähm. Ja. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir auch gerne einen Daumen hoch geben. Ich würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sag Tschüss. Tschüss. Übrigens habe ich mir aus Ebay dieses tolle Teil hier bestellt. Ähm. 50 Euro aktueller Preis. Neu, glaube ich, liegt bei irgendwas in die 120. Ähm. Ja. Wofür das gut ist. Und, ähm. Was? Was? Mann, du hast mal wie gesagt. Was geht das? Ich hab hier voll die Videocrasher irgendwie. Leute. Ähm. Du bist im Bild. Ja. 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 Cuts. Ja. Musik Musik